Also Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FNAF 6. Ich hab mir gedacht, das kann ich ja heute mal aufnehmen am 24. Ist ja sowieso ein ganz normaler Tag wie jeder andere. Oh mein Gott! Ganz ehrlich, ich gehe mit eurer Familie fahren. Jetzt gönne ich mir erstmal die Geschenke.